Ich bin hier mit dem Eros. Er ist leider sehr aufgedreht und das ist halt keine gute Basis für einen Katzentest. Schauen wir mal, da kommt mein roter Kater gerade. Gato Gato! Gato Gato, also wenn er schon flüchtet, er zieht hin wie nichts. Ich will unbedingt hin, also ich glaube nicht, dass der Eros zur Katze sein sollte. Das ist keine gute Idee. Katzentest durchgefallen. Und er war schon vorher im Außenhof, also er kommt nicht aus dem Zwinger.